Oh mein Gott, was geht, was geht, Freunde? Fortnite hat mir diesen Splinter-Skin schon vorher geschickt. Komm, gib Kuss, Fortnite. Komm, gib Kuss. Und deswegen dachte ich mir, weil ihr das so krass feiert, verarsche ich die Leute heute, da es den Skin ja noch nicht gibt. Und ich tue so, als wäre ich der neue Splinter-Boss. Und das Ganze wird so lustig. Lass auf jeden Fall ein Like da, wenn du mal zusammen mit mir ein Boss spielen möchtest. Abonnier den Kanal und trag meinen Creator-Code-Praxis-Y-Thema-Item-Shop ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die drei Bosse sind wieder mit am Start. Was geht ab, Jungs? Was geht ab, YouTube? Seid ihr bereit, die Leute mit dem neuen Skin zu veräppeln? Natürlich, Mann. Okay, ich würde sagen, wir landen erstmal in der Mitte. Ich habe meinen Hebo- wie heißt das? Hebo-Kopter? Wie heißt der Typ? Peter Griffin. Peter-Peter-Kopter. Komm, wir gehen hier in die Mitte. Kommt zu mir. Peter Griffin. Ihr braucht nur eine Waffe und euer Leben. Ja. Ich bin da. Dann ist einer. Eine Banane. Oh mein Gott. Brexit. Ich bin alleine, Jungs. Ey, der Skin sieht aber auch schon cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat einen Schwach... Der hat einen Schwach... What? Der hat... Okay, könnt ihr den G-Stil nachmachen? Nee, ich habe den nicht. Nein? Funktioniert super. Die drei besten Waffen hier. Nice. Okay, komm, wir gehen einfach. André? Ja, der ist gut, André. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten und Gegner suchen. Kommt mit, Jungs. Jungs, ich glaube, hier ist keiner gelandet. Wollt ihr mich verlachsen? Ich würde sagen, Leute, wir treffen uns am nächsten Tag, okay? Okay, Jungs. Wir haben einen neuen Standort uns rausgesucht. Und zwar... Leer. Okay, hier sind Botte. Die müssen wir erstmal katschink machen. Komm mit, komm mit, komm mit. Können wir nicht. Können wir wohl, wenn wir drauf schlagen. Guck dir das an, guck dir das an. Boom. Dark. Leute. Wer will Stress? Lass mich rein. Pass auf, jetzt geht er unter dir. Hamin, 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 Hamin. Was ist Hamin eigentlich? Hamin. Hamin, Hamin, Hamin. Hamin, Hamin, Hamin. Ey, ey, waka, waka, safe. Okay, ready oder was? Wir sind ready. So, macht euch bereit. Guck mal, wir tun... Warte, warte, ich hab... Bessere, wir tun so, als ob wir aus der Luke rauskommen. Komm, komm, komm mit, komm mit. Guck jetzt, guck jetzt. Warte, und jetzt gehen wir wieder da rein. Ladies and Gentlemen, wir sind die Rattenfänger. Was? Wir sind eine Teenage-Schmürtel zum Hinten-Törner. Okay, let's go. Meint ihr, hier ist jetzt jemand gelandet? 80 Prozent, ja, oder? Safe, muss. Äh, könnte sein. Ich höre keine Schüsse. Kommt mit, wir verwandeln uns. Da sind wir, Leute. Okay, wir müssen uns jetzt bewegen. Kommt, hier sind ganz viele Gegner gelandet. Okay, okay. Ich höre die sogar. Okay, okay, okay. Wir dürfen uns nicht auffällig verhalten. Okay, oder? Okay, oder? Okay, oder? Okay, oder? Okay, das funktioniert schon mal super. Bruder, wie viel läufst du wie Tick-Zack-Anhöner? Ja, mach Kona, oder? Hey! Alter, super geklappt. Warte. Ah, ich bin da auf. Ich zieh durch. Okay, ich zieh doch nicht durch. Sag doch, dass er entlaut ist. Okay, warte, warte, warte. Ich bin nicht umsonst eine Ratte. Wer hat meine Jungs angefasst? Oh. Entschuldigung. Er baut GG. Oh. Boom! Das ist noch einer. Schau mal, da. Schau mal, da. Wo sind meine Jungs eigentlich da unten? Okay, Jungs. Guck mal jetzt mit G-Klasse. Ich hau ab. Wo sind meine Jungs? Wo sind meine Jungs? Einmal noch so als Warnung für ihn. Hier so ein Video rein. Drückt mir die Daumen. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Lutscher, wenn ich loslass. Lutscher, wenn ich loslass. Du bist ja ein Lutscher, wenn du loslass. Ich bin ein Lutscher. Du bist so ein Lutscher, Digger. Wartet mal kurz. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Nein. Nein. Oha. Nicht schlecht. Erster. Lutscher, wenn du loslässt. Okay, ich bin noch. Warte, warte. Boah, schieß doch Granate. Schieß doch Granate. Werf doch. Schieß, ne? Werf, werf, werf. Nicht mal einen hast du getrunken. Nicht mal einen hast du getrunken. Boom. Boah. Das ist One-Shot, ne? Er kommt jetzt. Soll er kommen? Soll er kommen? Guck jetzt, was ich mach mit ihm. Halbe Stunde, ja. Du hast ihn gefehlt. Ich hab alle gefehlt. Ich hab alle gefehlt. Hol uns doch, anstatt du lootest, du Whistle. Ach, stimmt. Das ist echt traurig, Digger. Also guck dir das an. Er heilt sich noch. Ja, ja, mach entspannt, Digger. Klau, alles. Klau. Meister Splatter. Zieh durch. Let's go. Auto, Auto. Stell's ins Auto ein. Hinter dir. Fahr weiter. Wir fliegen auf das Auto. Oh, er ist schlecht. Bro, ich spitz den kurz weg. Kein Problem für mich. Wer hat mir geklaut? Wer hat geklaut? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo? Da, da drin. Nice. Okay, Jungs. Wir sammeln uns jetzt ein bisschen. Dann gehen wir wieder Fancy rein. Hier ist einer. Irgendwo ist einer. Habt ihr genügend Mads? Nein, oder? 300. Ihr macht das. Okay, sehr gut. Was ist denn sein Problem gerade? Was ist denn? Warte, André. Warte, André. Ich hol ihn runter. Das bin ich, by the way. Aber okay. Er ist runtergekommen. Kein Problem. Er hat mich zugebaut. Er ist hier unten. Wo ist er? Er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Okay, okay. Fokus, fokus, fokus. Er ist hier. Ah, da. Ja, wir gehen auf andere Seite. Von andere Seite. Er ist durchgeladen. Er ist durchgestratzt. Er ist durchgestratzt. Hier, draußen. Auto, Auto, Auto. Okay, egal, egal, egal. Concentration, Fokus, Fokus. Wie sind Bosse? Sehr schöne André. Das kommt bestimmt irgendwann an. Okay, weiter geht's. Imperial. Was ist gegen den Sondra-Auto? Hey, noch mehr Spielers. Wo? Da ist. Bitter liegen, Bitter liegen. Ich bin down. André, wir holen dich gleich. Er hat Aimbot an. Vorsicht. Er hat wirklich Aimbot an. Meister. Oh mein Gott. Er ist hier. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Pass auf, er hat Aimbot an. Meister, wissen wir fast. Ich habe keine Ahnung. Meister. Bitte. Reisen. Kann mich holen, hallo? Ja, ja, wir holen dich gleich. Warte, warte, Meister. Ich bin da her. Er sieht uns nicht. Was halt im Kopf. Wir gehen denselben Weg wie er. Okay. Schieß hier. Ah. Schieß. Oha. End uns. Okay, er hat ein Problem. Wo ist er? Hab ihn. Ich habe Medaillin. Ich habe Medaillin. Sehr schön. Er war das, wer uns gekillt hat. Okay. Wir müssen jetzt. Achso, wir haben andere vergessen. Ein Notstarzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist es. Oh du Mann, du bist es. The stage is yours. Noch nicht. The stage is not yours. Ja, Leute. Und somit geht es weiter in die nächste Runde. Habt ihr Bock? Wunderbar, Digga. Ich bin übel. Digga, ich wünsche dir, es hört nicht auf, dieses Video. Ninja Turtles. Ja. Wenn die uns töten, sind die irre los. Wir haben einen neuen Plan. Wir suchen Freunde. Okay. Ich glaube, das wird nichts. Aber wir probieren es. Nein, das wird. Das wird. Wir müssen nur, einer muss nur rechts gucken. Falls die von rechts kommen. Guck, ich guck. Hello there. Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum. Die kommen, die kommen, die kommen. Tschüss. Du Huch. Die haben hier alles auf uns geworfen. Okay. Der allerletzte Versuch, Freunde. Werden es freundliche Spieler sein oder werden es Syrenhunde sein? Wir wissen es nicht. Ich sag freundlich. Ich sag auch freundlich. Leute, was meint ihr? Wenn ihr sagt, die werden freundlich, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, die werden uns gnadenlos abknallen, lasst ein Like, ein Abo. Und wir warten hier gespannt. Oh, auf mich wird geschossen. Hinalt ihn ab. Du kleiner Gumpfie. War dein letztes Mal, dass du so gemein bist. So, ich hole dich, mein Bro. Keine Sorge. Danke, Mann. Das sind noch mehr, das sind noch mehr, Leute. Lass ihn zusammen, lass ihn zusammen, Schell. Oh, shit. Seine Kollegen kommen jetzt. Okay. Umarmung. Der Erste war gemein. Es geht hier voll Action. Oh, oh. Ich glaub, die machen gerade den Boss, Bro. Die machen gerade den Boss, ja, ja. Bitte, bitte, bitte tötet uns nicht. Bitte. Schell, voll die Kassi gegen den Boss. Das ist Heilung, Heilung rechts, André. Heilung rechts. Okay. Ich glaub, die haben den Boss noch nicht. Nee, noch nicht, noch nicht. Nee. Boah, was machen die da oben? Ja, auf einmal war nix, Digga. Jetzt kommt Krieg auf einmal, Junge. Aber es geht ab. Okay. Wenn wir ihn haben, werden die 100% hier runterkommen. Dann entscheidet es sich. Sind das Friends oder sind das keine Friends? Das ist eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Schwarze Balken. Sind das Friends oder sind das keine Friends? Jetzt spannende Musik. Okay, nee, mach schwarze Balken weg. Mach spannende Musik auch weg. Jetzt warten wir erst mal. Okay, und jetzt mach wieder hin. Nein, mach weg. Nee, jetzt mach wieder weg. Nein, jetzt wieder hin. Nein, mach weg. Doch, wir lassen es jetzt. Jungs, es geht wieder los. Es geht wieder los. Zweite Phase. Werden die uns abknallen? So wie aggressiv die gegen den Boss kämpfen, werden die uns safe abknallen, Bruder. Ich sag nein. Ich sag nein. Ich sag, die töten uns. Ich sag nein. Eigentlich versperren wir gerade den Weg. Keiner kommt hier rein. Du kommst hier rein. Die haben ihn, die haben ihn, die haben ihn, Leute. Die haben ihn. Die haben ihn, die haben ihn. Die kommen jetzt runter. Nur noch die Frage, aus welcher Seite die kommen. Rechts, links, Mitte. Oh mein Gott. Oh, die kommen, die kommen, die kommen bei mir. Er schießt nicht. Er schießt nicht. Er schießt. Dieser kleine Hund. Warum? Er hat erst vorgeguckt. Das sind sogar Zipanitamens. Das sind Zipanitamens. Hä? Die beide gleichzeitig? Keiner. Mit Krone? Wo sind die beide gleichzeitig gestorben, Digga? Nein! Nein! Aber wie habe ich beide geholt? Ich weiß nicht. Einer war links und der war rechts. Du hast beide auf einmal gekillt, Digga. Hä? Na ja, Leute. Das war es mit dem Video. Der neue Skin sieht ultra cool aus. Wenn ihr euch den Skin holt, macht das gerne mit creatorcodebrexys-yt. Ich würde mich wirklich freuen. Schickt mir ein Bild auf Instagram. Und checkt meine allerbesten Freunde ab. Odoman und André. Die sind unten in der Videobeschreibung. Fairlink. Wollt ihr jemanden grüßen? Grüß mal jemanden, schnell. Ich grüße Fairlink. Ich grüße meine Mutter. Okay, dann grüße ich auch, hä? Auch seine Mutter? Hä? Das ist der Headline. Tschüss! Also das finde ich jetzt wieder bodeln aus dem Schnell. Ich grüße meine Mutter. Du bist mein Lieblings-Youtuber. Bitte! Ey, ich kann es gerade nicht glauben. Warte. 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 Vielen Dank.